Fass dich mal! Wende! Alter, das gibt's nicht! Das geht nicht her, oder? Boah! Das war daneben! Alter! Das ist aber verpackt! Naja, wenn's nicht so geht, dann geht's halt so! Dann bringt's mir noch einer, oder? Ja! Da war mir einer! Den hättest du fast übersehen jetzt! Na, wie kommst du auf das? Weiß nicht, wie ist mir gerade so eingefallen? Nein! So! Leiche plündern! So, und jetzt? Wie ist der Plan? Just saying! Hoffentlich? Ja! Hab ich keine anderen, oder was? Nein, den brauch ich nicht! Ich mach mal ein Foto! Ich mach mal ein Foto! Eieieiei, immer brennen muss da! Furchtbar! So, ich will ja wieder mit dem Ding schießen! Mit dem Bogen? Ja, der ist cool! Ja, du musst aber ein paar Pfeile herstellen, wahrscheinlich! Ich hab' da ein Fröschchen im Hals! Ich hab' da ein Fröschchen im Hals! So kann ich ja wieder nicht herstellen! Wenn ich den Fröschchen mal so hab, dann kriege ich die raue Stimme! Ich hab' nicht ob links oder alle, aber alles geht nicht! Tja! Viele wissen ja nicht, ich bin das in Grundstimmen von Bruce Willis! Ja, ja! Ja, ja! Und der Martin ist in Wirklichkeit das in Grundstimmen von Robert De Nero! Genau! Also in Ambition halt! Oh! Wo ich grillen? Grillen im Winter, Alter! Oh, gib's dir Ruhe! Bleib's liegen! Ja, passt! So, lad noch, Alter! Du darfst dich nicht im Heuschrecken, wenn die grillen grillen! Ja, scheiße, ja! Du bist schon wieder so negativ, halt! Du bist heute schon wieder so ein altes Foto! Ein was? Ein altes Foto! Ein altes Foto! Ja, negativ! Jetzt fangen wir schon wieder an! Mit was denn? Mit was fang ich an? Ne, ja, genau! Ich hab nämlich nie aufgehehrt damit! Gar nicht! Komm ich am Drahtnager vorbei und überquere die Flücke! Action! Und wir haben da schon wieder eine semiprofessionelle Action! Action! Ich seh ich korn! Ja, warte mal! Scharfschützen! Ich muss langsam machen! Oh! Ich muss langsam machen! Da rechts wahrscheinlich, oder? Schön! Aha! Da habe ich noch zwei gesehen! Woh! 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 Da ist ja wieder! Nö! Dann bin ich damit getäuscht! Da kann man nicht mehr, glaube ich! Das war's denn nicht! Nee! Ah! ирaleior. Oh jau jau... Nein, jetzt, jetzt... jetzt... oreder, das gibt es nicht. こと Du stehst! Gibt's nicht. So. So. Da ist er noch. Da. Ist für einer, oder? So daneben schießen. Nur so geht's. Kopfschuss sogar. Wahnsinn, oder? Das ist auch nicht gut. Ist schon wieder einer drauf. Da ist er. Juggernaut. Hm, das war nix. Und jetzt? Ist er plant? Ist er schießen lassen? Na na na. Na 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 na. Schön. Gut gelöst. Aha. Sehr so ziemlich das Einzigeres effektiv hilft, hm? Ja, oder ganz Magazin rauschießen. Ja, ja. Den Kopf aber. Ja. Im Idealfall. Genau. So. Eingang, da. Wocherà? ็. Auf geht's, auf geht's. Hoi어 allora. Jaggernaut. Also da er dabei. Batterien. Ich momentan, ich glaube da er mir den Anzug versorgt hat. Ja, ich glaube auch. Das ein Anzug hände ich nur Stahlplaten. Ja, Jaggernauti sind doch die mit so einem ... Bombenanzug, oder? Oder was ist das genau? Weiß man das? Soll ich die mal ausprobieren? Ich ignoriert mich schon wieder. Das ist ja einfach nur ein Stallplatten da greifen. Nein. Ja nein, was sonst? Bombenanzug. Ja, Bombenanzug. So. Schau mal die, was kann halt auch. Scheiße! Bill! Was ist denn da drin eigentlich los? Mach die mal an. Was? Was wir da jetzt eigentlich holen müssen da drin? Ja, wie das so ein Fragment-Stickle wahrscheinlich wie vom anderen. Ah, ok. Ja, machst das. Leck mich fett! Erst einmal im Holzmagazin danebenhauen. Ja, weiter. Nein! Jetzt ist er eingestürzt. Ich glaube auch, oder? Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Na ja. Genau. Was tust du denn? Leichte! Geh weg! Ah! So. Ja. Der muss wieder irgendwas anders tun, gell? Was tust du denn? Was? Ja, das reicht schon. Das ist halt ganz der Witzige, hä. Das ist halt ganz der Witzige, hä. Ein wichtiges Telefonat. Ja. Kannst ja da draußen stehen, Balkon. Im fünften Stock. Wo wir im zwölften sind. Na ja, dann machen wir das mal ohne ihm da. Laden wir mal nach. Dann... Sind da noch andere. Dann nehmen wir wieder die her. Ballern wir mal los! Wo sind die anderen? Wo sind die anderen? Wir haben vierig geschossen. Und, und? Jawohl! Nein. Na je. Jetzt sind wir im Gefecht. Geh mal die Muni aus. Aber jetzt. Jawohl! Du hast aber. So. Und Sniper. Und... Dann machen wir ihn mal weg. Ja, nein. Der war aber getroffen. Ja. Ich weiß, machst du das, Alter. So. Nein. Jetzt ist da. Haben wir da auch keinen Muni mehr. Scheiße. Haben wir da noch was? Nein. Dann geht nur mal die Sniper. Laden wir noch mal nach. Haben wir auch nicht. Geh sein. Und... Der war aber getroffen. Der war nicht getroffen. So. Dann geben wir die wieder her. Und haben wir gleiche Blumen dann. Edelstein. Uiuiuiuiui. Hau. Heil. 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 So. Halten. Jawohl. So. Bist es dann fertig, Alter? Uiuiuiui. Ja, nein! Geh weg! Ja, nein! Schau! Wegen dir jetzt! Ja, genau! Wegen dir! Es tut mir schrecklich leid! Weil du wieder vor mir vorbei rennen musst, gell? Es tut mir schrecklich leid! Ja, ich hätte einen Umweg über den Lift, runter in den ersten Stocken und wieder zurück da in den 12. bei uns, aber es ist einfach nicht gegangen, ich war verhindert. Ja, du behindert! Hey, sowas sagt man nicht! Wahnsinn! Wir wissen, ob er auch los macht! Ja, ja, du mir auch, ja! Ernst! 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 Punkt!